Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spezial vom Outer Rim Report zum Guild Summit. Dieses Mal befasse ich mich mit dem PvP 2.0, wie ich es gerne nenne. Warum ich diesen Begriff verwende, könnt ihr im Folgenden selbst sehen. Fangen wir hier einfach mal mit der Schocknachricht überhaupt an. Das allseits beliebte Open PvP Gebiet Elum wird abgeschafft. Die Formulierung ist natürlich sehr populistisch gehalten, trifft im Kern aber durchaus die Thematik. Elum wird natürlich nicht direkt abgeschafft. Zunächst werden nur die Daily Quests dafür abgeschafft, sodass es vom Spiel her keinerlei Anreiz mehr gibt, dorthin überhaupt noch zu gehen. Doch das ist nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt werden nämlich die entsprechenden Entwickler von Bio sich zusammensetzen und ein völlig neues Konzept entwickeln, wie man dieses Gebiet in Zukunft nutzen kann. Der dritte Schritt ist dann natürlich die Umgestaltung an sich, aber hierzu gibt es noch keine näheren Informationen. Sobald es etwas Neues gibt, und das wird irgendwann im Laufe dieses Jahres der Fall sein, werdet ihr es natürlich direkt hier auf TheForce.eu erfahren. Doch nicht nur das Open PvP bekommt seine Anpassungen, auch die Warzone gehen nicht leer aus. So werden alle bestehenden Kriegsgebiete demnächst auch für fraktionsinterne Kämpfe freigeschaltet werden. Wie das Ganze loretechnisch zu erklären ist, dass sich plötzlich in Alderaan die Imperialen gegenseitig bekämpfen, ist selbst den Entwicklern nur ein Rätsel. Aber aus balancetechnischen Aspekten macht dieser Schritt durchaus Sinn. Mithilfe dieser Änderungen sollen zukünftig Unausgeglichenheiten der Fraktionen auf manchen Servern ausgeglichen werden. Dann muss die zahlenmäßig überlegene Fraktion nicht mehr den ganzen Tag Hardball spielen, sondern darf darum konkurrieren, wer die Voidstar für den Imperator sichern darf. Ebenfalls hilfreich ist hierbei die neue Suchfunktion. Meldet man sich ab Patch 1.2 in der PvP-Warteschlange an, kann man dann auch mit Spielern von anderen Servern zusammengemischt werden. Allerdings präferiert das System weiterhin Gruppen aus Spielern von einem Server. Sollten jedoch keine verfügbar sein, wird mit Leuten von anderen Servern aufgefüllt. In dem Zug werden allerdings Bedenken lauter, dass dann das Verlassen einer Warzone noch leichter gemacht wird. Dazu möchte ich zwei Gedanken anbringen. Zum einen ist es doch auch jetzt schon fast Normalität, ein vermeintlich verlorenes Kriegsgebiet zu verlassen, trotz der eventuellen Ächtung der Server-Community. Es lieben mittlerweile einfach so viele Spieler, dass man als Nicht-Lieber schon komisch angeguckt wird. Zum anderen ist sich Bioware dieses Problems durchaus bewusst und sie wollen dem einen Riegel vorschieben. Zunächst wird es für das Verlassen einer Warzone keinerlei Belohnungen mehr geben. Hat man Ehre gewonnen und verlässt dann, wird einem diese Ehre wieder abgezogen. Zusätzlich plant Bioware zusätzlicher Strafen, hat aber noch keine weiteren angekündigt. Eine noch größere Änderung an den Mechaniken stellt das neue Medaillensystem dar. Es werden 18 neue Medaillen eingeführt, die dann zu den bisher vorhandenen Medaillen erhältlich sein werden. Beispiele hierfür sind das Anbringen einer Bombe in Voidstar, das Erzählen eines Tores in Hutball oder das Gewinnen einer Warzone in einer kurzen Zeitspanne. Gewinnt man beispielsweise Alderaan in 5 Minuten, bekommt man aber nicht nur die Medaille für den Sieg unter 5 Minuten, sondern auch noch die Medaille für Sieg unter 10 Minuten. Damit soll das Spiel insgesamt schneller gemacht werden und das Zergen weniger lukrativ. Daneben gibt es eine Begrenzung, wie viele Medaillen man pro Warzone erhalten kann. Dieses Cap liegt bei 8. Wer also schon 8 Abzeichen gesammelt hat, kann keine weiteren mehr erhalten. Bioware versucht hiermit, das Wechseln der Rollen zu verhindern. So wird ein Heiler nicht mehr gezwungen sein, auch noch Schaden machen zu müssen oder ein DD noch tanken zu müssen. Bleibt zu hoffen, dass das Ganze nicht ins Gegenteil umschlägt. Leute, die schon nach kurzer Zeit ihr Cap voll haben, könnten sich denken, dass sie nun ja einfach zergen könnten. Mehr Medaillen werden sie eh nicht bekommen. Eine Möglichkeit, das in den normalen Warzone zu umgehen, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, aber wer ohnehin sich mit den Besten messen will und solchen Spielverderbern aus dem Weg gehen möchte, der bekommt ab Patch 1.2 auch die Chance dazu. Denn es wird ein Ranking-System implementiert, in dem man sowohl als Gruppe als auch als Einzelspieler aufsteigen kann. Das Ganze läuft zunächst in einer Pre-Season, um eventuelle Probleme ausmerzen zu können und das System zu testen. Außerdem gibt es den Leuten die Möglichkeit, verschiedene Teamzusammenstellungen auszuprobieren und diverse Taktiken zu testen. Aufmerksam beobachten ist sicherlich schon ein großes Problem daran aufgefallen. Die Gruppengröße. Es ist momentan nur möglich, mit maximal vier Leuten in einer Warzone sich anzumelden. Doch das wird demnächst endlich auch mit acht Leuten möglich sein. Definitiv in den gewerteten Kriegsgebieten, eher nicht in den normalen Warzons. Aber an dem Punkt überlegt Bioware wohl noch. Zudem wird es ein neues PvP-Set geben mit dem Namen Warhero. Allerdings wird man dieses Set nur über das Ranking-System bekommen können und nicht über die normalen Marken. Doch auch frische 50er können Equip kaufen, mit dem sie die Lücke zu den bereits vollständig equippten 50ern zumindest etwas schließen können. Sonst muss man sich erstmal ein bis zwei Wochen abfarmen lassen, wenn man Max-Level erreicht hat. Und mithilfe dieses Sets hat man nun endlich eine deutlich bessere Chance. Und neben diesem Set soll es auch noch weitere Items geben, die man über das Ranking freischalten kann. Die Rede ist hierbei aber nicht von besserem Equip, sondern von Dingen wie zum Beispiel Mounts. Zu guter Letzt wurde eine neue Warzone angekündigt. Novark Coast wird ein Three-Point-Domination-Prinzip verwenden. Das heißt, dass es drei einnehmbare Punkte geben wird, hat man zwei davon eingenommen, macht eine Kanone Schaden auf irgendetwas Gegnerisches. Das klingt leider alles noch sehr vage, aber Bioware wollte einfach keine weiteren Informationen dazu herausrücken. Da müssen wir wohl alle auf den PTR warten. Nur noch ein kleines Zitat von einem Kollegen von mir zu dieser Warzone. Das klingt wie Alderaan 2.0. Zum Abschluss noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich plane neben einer Umstrukturierung des Outroom Reports auch eine Umstrukturierung der PvP-Stunde. Sie fing wirklich gut an und hat sich zum bestlaufenden Nach-Release-Format entwickelt. Wir haben da eine Menge Dinge ausprobiert, doch die kamen leider nicht so gut an wie erhofft. Von daher werden wir demnächst mal versuchen, das ganze Format auf einen Livestream umzustellen. Wir werden uns dann abends hinsetzen und zusammen mit der Community in nicht gewertete Schlachtfelder im Low-Level-Bereich gehen. Wenn es gut läuft, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, so etwas öfters zu machen und das Ganze auch weiter auszubauen. Momentan macht mir leider meine Internetverbindung dann auch ein paar kleine Probleme, sodass der Stream einfach noch nicht flüssig laufen will. Aber sobald es klappt, werden wir einen Termin auf The Force Evo frühzeitig bekannt geben. Das war's dann auch von mir und vom PvP vom Guild Summit. Bis zum nächsten Mal, euer Darion.